Wer klopft? Guten Tag, hallo. Ich spiele das im Zusslich durch. So kann man Outlaws spielen, das funktioniert. Zugesperrt. Zu. Wer hat denn geklopft? War das der Pizzabote? Ich warte schon seit Stunden. Keiner da. Kann ich hier rein? Nee. Schade. Battery! Domino Day! Bäh! Zu lebendig, zu lebendig. Wer redet hier? Bäh, ist das ekelhaft. Kann ich was filmen hier? Darf ich warten? Warnicke, wartet auf mich. Da gibt's nichts. Oh, ein Buch. Ihh! Bäh! Noch fixiert. Halbskeletiert. Und teilweise filetiert. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich hab ihm mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwerker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganze Kniffe erst noch. Wie auch immer. Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe nehmen, Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billi gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Flambiert, eventuell auch flambiert. Gibt's hier noch was? Nein. Zu? Auch zu. Toll. Kann ich ja nur wieder zurück. Hier war ich. Hier lang. Ach nee, da waren wir auch schon. Wir haben ja versucht, die Türen aufzumachen. Und das ging aber nicht. Jo. Muss ich wirklich zurück? Da schort. Bin ich durch den Schort? Komme ich da ran? Ah. Ach nee. In dem Raum war ich ja gerade. Da oben komme ich doch durch die Decke. Ah. Ah. Höh. Ah. So, da klopft. Wir müssen mal runter. Oh nein. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Sei doch ruhig. Los, schieb. Schieb. Geht durch die Tür. Zu. Nein. Halt der Ausschau nach verschiebbaren Objekten. Ah. So, wo geht's jetzt lang? So. Oh. Glut, weißt uns den Weg. Mach die Tür zu. Mach doch mal die Tür zu. Schieb. 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 Ist da mehr? Nein. Oh Gott. Ah. Oh shit. Gott, es hat geklappt. Viel rennen bei Outlast, oder? Beruhig dich wieder, Charakter. Beruhig dich wieder. Ich weiß deinen Namen nicht mehr, weil er so kompliziert war. Aber beruhig dich einfach. Fühlt das zu. Ach nee. Ach nee. Wir springen doch. Na. Rein da. Tür zu. Halt die Tür zu. Wieder hin, wieder hin. Was denn? Geh da rein. Geh da rein. Tschüss. Oh, oh, oh. Das ist ja vertrauenserweckend. Freikisch zum Jump'n-Grunnen. Du stinkst. Du stinkst. Du stinkst. Du stinkst. Du stinkst. Ich liebe das Vurzeln. Du willst du mit Outlast und streich? Geh da rein hierhin. Geh da rein. Geh da rein. Ich bin sofort in sich. Er meint sich schon noch gut mit mir, ja. Dann knack ich den Pops, oder? Wo fahren wir denn hin, Onkel Doc? Es tut sich so. Ach, da komme ich doch heute her. Den geht es nicht so gut, Doktor. Ich habe aber eine ganze Zeit mit Licht eingeleuchtet dahinten. Ich erkenne nichts. Onkel, Doktor, ich erkenne nichts. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Wir beginnen deine Konzentration. Nur noch ein zweites Mal, wenn du dich wirst. Wir sind ja auf dem Scheißhaus. Ist aber nicht die König. Und es wird uns eine Chance, zu sprechen. Ich bin ein bisschen Angst, wie viel Zeit du hast mit Fr. Martin. Und ich weiß, ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt, dass du dich mit all diesen... ...Holier-than-thou, Bibel-thumping. Uh, no offence zu dem Mann, aber... ...und das weg. Es ist eine Laubsäge. Leck dich weg. Genau, richtig so. Schönen wir weg. Nein! Ah! 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 Ah ah! Wir haben G Processer Verlusten nicht und nur wotend. Das Thatcher wird nur Hij für uns unmuteern. Du Pizzle. Ah, du Knochen schütt und stimmst der copier. Schüttnen. Du leibst sie. Und was course du? Das klingt aber einfach jetzt. Geht's. Bäh. Bäh. Es speichert. Jetzt haben wir nur noch zwei Finger. Also weniger meine ich. Kann man die nicht wenigstens mitnehmen, unsere Finger? Ah, hier, guck mal. Jetzt macht das wieder nett. Oh Gott. Kann ich dir mit helfen, wenn ich das Licht ausmachen oder was? Du kannst das nicht kontrollieren. Niemand. 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 Ich habe gehofft, da geht's zu dem. Lauf ich richtig? Komm, wir gehen wieder da hoch. Einfach wieder hier hochgehen. Hier kommt doch bestimmt nicht her. Äh. Sind wir hier durch? Vielleicht, oder? Versuchen sie einfach. Da ist ein Fahrstuhl. Da kann man doch bestimmt abhauen. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Ja, super. Warum muss man in solchen Spielen immer Schlüssel suchen? Bin ich doch nicht gerade hochgeklettert? Scheinbar. Ich muss, denke ich, doch wieder zurückgehen. Ey, weißt du, wo der Schlüssel ist? Ey. Wo ist der Schlüssel? Scheinbar. Gut, hier war doch nicht sein. Ah, hier geht's auch nirgends lang. Oder hier vielleicht. Nein. Ich wollte dir eigentlich helfen, aber so bleibst du liegen, mein Freund. Vertraue es zu dir, mein Freund. Ich muss weiter 금and second或uted sein, mein Freund. 知道? Nein. Die Beschreibung...